Die Beziehung von Patrick Romer, 26, und Antonia Hämmer, 22, ist nach ihrer Sommerhaus-Der-Stars-Teilnahme gescheitert. Oliver Pocher, 44, konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen, doch Patrick reagierte prompt. Patrick Romer und Antonia Hämmer, der Sommerhaus-Fluch hat zugeschlagen. Seit Patrick Romer und Antonia Hämmer bei Bauer sucht Frau zueinander gefunden haben, galten die beiden als Traumpaar. Das änderte sich jedoch mit ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars. Denn dort zeigte sich, dass der Landwirt und die Influencerin alles andere als eine harmonische Beziehung führen. So fiel Patrick immer wieder mit seinen erniedrigenden und sexistischen Aussagen Antonia gegenüber negativ auf. Die Zuschauer forderten zwischenzeitlich sogar, dass der Sender durchgreift und den 26-Jährigen rausschmeißt. Patrick und Antonia kämpften sich jedoch bis ins Finale und gewannen die Show. Trotz der Kritik betonten die beiden anschließend, zusammenhalten zu wollen. Doch jetzt ist alles aus. In einem gemeinsamen Statement verkündeten die Bauer sucht Frau Starrs, dass sie getrennte Wege gehen. Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand. Hieß es darin unter anderem. Somit hat der Sommerhaus-Fluch erneut zugeschlagen, denn Patrick und Antonia sind nicht die Ersten, die sich kurz nach einer Sommerhaus-der-Stars-Teilnahme getrennt haben. Patrick, Roma und Oliver Pocher attackieren sich. Die meisten Fans sind jedoch nicht wirklich überrascht von der Trennung des Paares. Viele rieten Antonia sogar dazu, Patrick zu verlassen. Der endgültige Schritt scheint jedoch keinem der beiden leicht gefallen zu sein, dennoch zieht das Liebesaus auch Spott mit sich. So ließ es auch Oliver Pocher sich nicht nehmen, die Trennung zu kommentieren. Der Comedian teilte in seiner Instagram-Story einen Screenshot von einem Artikel über die Trennung und schrieb spöttisch dazu, ich dachte, es hält für immer. Während Antonia, die sehr unter dem Liebesaus zu leiden scheint, nicht auf den Seitenhieb reagiert hat, konterte Patrick sofort auf Ulis Stänkerei, wenn sich einer mit für immer auskennt, dann Oliver Pocher. Dazu zählte er alle bekannten Ex-Freundinnen des 44-Jährigen wie Annemarie Carpendale, Monika Ivankan, Sandy May Wölden und Sabine Lizicki auf. Autsch!